Die Schauspielerin zeigt sich auf den roten Teppichen immer wieder super stühlisch gekleidet. Umso? Verraschender ist jetzt dieses Fasium-Wagnes in einem beinahe durchsichtigen Kleid. Strahlt die Blondine bei der Movimates-Media-Party in Hamburg in die Kameras der Paparazzi und L? SST sogar glatt ein bisschen Nippel hervorblitzen. Wirklich GL? Klisch scheint die ehemalige Dschungel-Kamperin jedoch nicht in diesem offenherzigen Lob. Ich find's okay so. Erkel? Ertesi im Interview mit Promiflasch. Da bei D?F.T. jähnete sich doch auch ganz ohne Kleider wohl? Lehn immerhin posierte die 45J-Riege im vergangenen Jahr bereits nackig. F?F.R. den Playboy-Tipps. F?F.Promiflasch. Einfach E-Mail an tipps-at-promiflasch.de F?F.Promiflasch.de F?F.Promiflasch.de